Das Finale nicht zu erreichen, wäre für mich nur dann ein Versagen, wenn die Mannschaft nicht so spielt, wie sie es kann. Wenn Real Madrid besser spielt als wir, dann werden wir dem Gegner zum Finaleinzug gratulieren. Ich hoffe aber natürlich, dass wir das Team sind, das ins Finale einzieht. Unsere Motivation muss sein, das Finale zu erreichen, was wir bis jetzt nie geschafft haben. Wir spielen gegen ein großartiges Team von Madrid in einem wunderschönen Stadion. Diese Dinge motivieren mich mehr als die Spekulationen darüber, welches das beste Team ist und wer das Finale erreichen wird. Er ist der Spieler, der den Unterschied macht mit Ronaldo und Bale. Wenn er jedes Wochenende für seinen Verein spielt, dann, weil er ein wichtiger Spieler ist. Und wenn ein wichtiger Spieler nicht spielen kann, ist es immer ein Vorteil. Aber wir wissen ganz genau, dass eine Mannschaft wie Real Madrid nicht nur aus zwei oder drei Spielern besteht. Es ist ein ganzes Team mit sehr guten Auswechselspielern. Wir erwarten ein schwieriges Spiel. Es ist schade für Karim Benzema, denn genau diese Spiele möchtest du als Spieler bestreiten. Wir werden unser Spiel machen, mit Karim oder Oni. Es ist ein wichtiges Spiel und wir werden unser Bestes tun, um weiterzukommen.